hallo freunde schwarz willkommen zu scrabble weiter geht es hier neue runde neues glück so jetzt bin ich dran das ist einfach das wird mega einfach wie kann ich den hintergrund der schwarz waren indem du auf diesen komischen einmal da gehst und dann auch in der hintergrund schwarz ok so jetzt brauche ich dass ich auch der stift so geht es natürlich auch ja ich könnte es natürlich auch wieder so machen und dann mache ich dann einfach so aber das gleiche ich kann natürlich dann noch ja du musst sie auch zusammen verbinden auf die flagge richtig aber bagados muss das komischerweise wieder warum ja der ist ein cheater der hat alles durchgespielt da weiß ich den begriff der weiß das alles ja ich bin curry das sind zwei wörter ja so das ist ist das was soll das rote sein müsste das nicht blau sein was das bringt uns rein gar nicht wenn du da feine im halb also was zum schwachsinn erwarten ist das jetzt die schweiz so kopf rum oder was tut mir leid also was soll denn schwachsinn erwarten was weiß ich denn roter teppich geht es noch was was ist das soll das sein junge teppich das sieht nicht wahrnähernd aus wie ein teppich das wird virus wahrscheinlich nicht erwartet guter kindes fast richtig guter kindes guter ich sage das wird wir uns wahrscheinlich nicht kennen ein paar blöcke noch daneben sieht aus wie eine grüne Gummipoppe ja das wird wir uns wahrscheinlich nicht kennen ich habe die meisten Punkte ich weiß nicht wie ich das machen soll warum suchst du es denn aus jetzt bei einem das ist ein fahrrad genau speichenschreiber mit c ne an die speichern gibt es nicht also das ist schon mal ganz falsch man kann mit einem fahrrad auch fahrrad fahrrad wenn man in den ersten gang schaltet fährt man langsam oh Gott hätte noch ein Tacho malen können ok siehst du das wäre einfacher gewesen rückwärts das sieht eher aus wie eine Uhr Virus sagt gar nichts mehr leck mich am Arsch ey was ein Gurkenlaster oh man ey was ein Gurkenlaster das waren alle Wörter scheiße entweder hätte ich malen können langsam oder ansehen hier du sollst doch das wechseln hilft ich konnte auch zwischen Nagel wählen hallo ich wollte den scheiß ey boah was machen du am besten sagst du es uns gleich am Anfang immer ey wie das schlechteste zeichnet von ganz Indien ey du hast du mein Indien? echt du auch? jur methane jö 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 da kommt nicht mehr würdest du mich verarschen macht ich zeig doch schon was ich will was soll das sein kannst du was ich sag doch du bist ach du scheiße das ist ein langes wort das ist nicht schwer das war schon also ich habe es um das muss ich eigentlich gar nicht zeichnen das reicht schon hier unten ist noch so eine kleine Klappe nein so haben wir es ab und schulst was mit dem Stab und Scher die Rums und Klappe da kommt dann so ein mittelrein schon wieder so scheiß wetter so ein mittelrein also ich kenne es auch nur so sagen wir es mal so ja äh das war ja echt nicht schwer ja ich sie genau du wirst dich gleich ärgern ich schwörs dir du wirst dich gleich so ärgern das ist doch ein akkugerät was ist ein akkugerät nein ich sag ja ihr hättet euch richtig ärgern alter ich kenne es wirklich nur so diese scheiß dinger was soll ich denn oh man ey die ich dachte hier da wir alle etwas älter sind kennt ihr das fähig wo die batterie reinkommen ja das habe ich noch hier ich habe es auch noch hier für die neuen blog und den anderen dingern ich war ja richtig ich habe nur falsch eingetippt was denn der für ein gesicht was für ein krüppel so dann mal her war was das was im in der Mitte Laufmann zum Kuchen Mensch Ist das überhaupt ein Mensch? Ich hab keine Ahnung. Was weiß ich denn? Krass. Die Pfeile hätten mal früher kommen müssen. Ja, ein bisschen früher, das hätte ich in den Gassen kommen müssen. Ja, ne, ich wollte den ordentlich fettig machen, ey, sorry. Jetzt kommt's. Jetzt zeig ich den Künstler vorne mir an. Ja, ne. Der wird schon verkackt. Was zum? Aber irgendwie hat's schon daran. Boah, Alter, das ist so schlecht gezeichnet. Scheiße. Das nennt man abstrakte Kunst. Musst du erst mal auf so'n Schwachsinn kommen, ey. Das ist... Das ist... Das sieht aus wie ne Ziege mit Rollen, ey. Ah, ne, ey, ich fand dieser crazy. Ich weiß nicht, ey. Ah, noch länger geht's nicht. Und du hast nur 100 Sekunden. Fang an! Ich muss den zeichnen. Reiß Maul jetzt! Ja! Scheiße! Hehehehe! Nochmal von vorne. Wie kannst du jetzt schon 1800 Punkte haben? Was? Was? Ich hab keine Ahnung, wie man sonst zeichnen soll. Ich hab keine Ahnung, wie man sonst zeichnen soll. Hehehehe! Ich weiß es sonst wirklich nicht. Oh Gott, ey! Ich weiß nicht, wie man sonst dieses Wort schreiben soll. Hehehehe! Hehehehe! Reicht erstmal für heute fürs Kribbel. Und ich würd sagen... Wir nehmen beim anderen... Okay. Ja, okay. Kurz, knapp. Danke fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Hehehehe! Tschüss! Hehehehe! 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 Hehehehe!